Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Modern Warfare 2. Fängt ja schon mal gut an. So, ich quatsch jetzt einfach rein. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja einen episch richtig krassen Parcours. Und jetzt sind wir... Oh, ja hier. Aufs... Aufs Gelbe. Alle vorwärts. Okay. Achtung, wir zielen auf den Stryker. Auf Raketenwasser achten. Gelbes Haus. Runter von der Straße. Ich bin doch schon weg von der Straße. Betroffen. Ah, hier ist ein gutes Versteck. Drücken Sie 4, um ein Ziel für den Stryker mit dem Laser zu markieren. 4. Aha. In... Sand. Warte, ich hab ne... Aua, fuck. Oh man, ich bin gleich wieder schon tot. Weg du mit Rotpunktvisier. Weg du mit Rotpunktvisier. Nein, 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 nein. Oh, fuck Kein Wunder, dass ich hier sofort sterbe, weil Ab hier spiele ich ja sozusagen blind Wer das in der letzten Folge nicht mitbekommen hat Och, komm, gehen wir mal hier Och, ja, auf jeden Fall Ficken Okay, ich bin im Arsch, ich bin im Arsch, ich bin im Arsch Sind das meine oder? Ne, das ist nichts Okay So Ja, vier und dann Dahin Na Och, man, meine Nase ist verstopft Ach Alter, wo ist denn der eine? Stell jetzt aus Oh, sieht Sieht schön aus Außer, dass es so Halt so ein bisschen Kleines Warte, lauft der Junge Wo läuft der Penner hin? Oh ja, warte, ich würde vielleicht nicht erschossen Ich habe unendlich Leben Komm, laufen wir mal vor Jetzt lauft nicht zu weit vor, du Penner, ey, Sergeant Foley Och, du Scheiße Och, auf jeden Fall Nein, ja, auf Mann Alter, das gibt's doch nicht Komm, ja, du kleiner Lapp, ey Ja, wolltest du mich wieder umbringen, ne? Seiner Scheiß-P90 Leckt mich Bleib am Boden Hast du das so angeguckt? Aha, verschwommen, ne? Ja, hat sich bestimmt Ja, hat sich hier angeguckt, ne? Von wo? Ach, von da Ja Ja Auf jeden Fall Mann Mann Feinde zu Fuß! Füll deine Lage, du Lappenmann! Oh, da oben ist er. Da habe ich jetzt gerade eine Nachricht bekommen. Warte mal kurz, ich muss mich mal kurz als... So machen wir hier alles in der Aufnahme. Pff, oh nein! Druck, die Geschüsse ausschalten! Wer meint mich hier jetzt wieder von hinten zu nehmen. Okay, Spiel gespeichert. So. An alle Hunter einreißen, hier welcher 1. Warte auf die Markierung des Ziels, over. Alles zurück, wir kommen! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh Mann! Ey, das gibts doch nicht! Konotzu! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter, ist jemand hier traurig? Ne Du kommst mir nicht davon Aber wo willst du ihn, hä? Wo willst du ihn? Oh Boah Wo lang jetzt? Hunter 2-1, hier Overlord, da bitte Lage bricht, Over So, okay, wie hier? Ich habe gerade die feindliche Sperre bei Kontrollpunkt Lima passiert Drücken nach Arcadia vor, Over Verstanden, ich habe neue Befehle für Sie, von ganz oben, Over Verstanden, Overlord Hier wird zur Brookmeer Road 466 umgeleitet, nachdem Sie die Luftabwehr ausgeschaltet haben Verstanden, Overlord, zu Brookmeer Road 4677, sobald die Geschütze zerstört sind, Verstanden Erstatten Sie mir Bericht, sobald Sie Ihr Hauptziel erfüllt haben, Overlord Ende Och nein, ey, komm Striker Ziel außer Reichweite Wie? Negativ, das Ziel ist außer Reichweite, Over Willst du mich verarschen? Na, da kriege ich auf jeden Fall noch einen Manche will es schaffen, es da durchzusprinten Ok Leute, los, 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 los Los, los, los Nein! Schnell! Aua! Nein, 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 nein Ok, wir haben es geschafft! Oh fuck Ok Na, ja sicher Auf jeden Fall Auf jeden Fall Warte, hier hinlegen Warte, hier hinlegen Nein, Ziel magiert, Over Ok, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier einmal starten Beende ich die Aufnahme und Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann!